Mandeln sind nicht nur ein beliebter Snack, sondern auch ein wahres Kraftpaket an Nährstoffen. Doch was passiert tatsächlich mit deinem Körper, wenn du regelmäßig vier Mandeln am Tag isst? Die tägliche Aufnahme dieser kleinen Nüsse kann einen großen Einfluss auf deine Gesundheit haben. In diesem Video erfährst du, welche positiven Effekte Mandeln auf deinen Körper haben können und warum es sich lohnt, sie in deine tägliche Ernährung zu integrieren. Wir werden uns die wissenschaftlich belegten Vorteile genauer ansehen und dir zeigen, wie Mandeln deine Gesundheit auf vielfältige Weise unterstützen können. Hier sind acht Dinge, die mit deinem Körper passieren, wenn du vier Mandeln am Tag isst. 1. Verbesserte Herzgesundheit Mandeln sind reich an einfach ungesättigten Fettsäuren, insbesondere Ölsäure, die bekanntermaßen gut für das Herz ist. Der tägliche Verzehr von vier Mandeln kann dazu beitragen, das Herz-Kreislauf-System zu stärken, indem der Cholesterinspiegel positiv beeinflusst wird. Die enthaltenen Antioxidantien, wie Vitamin E, wirken zusätzlich entzündungshemmend und schützen die Zellen vor oxidativem Stress. Studien haben gezeigt, dass der regelmäßige Konsum von Mandeln helfen kann, den Blutdruck zu regulieren und das Risiko für Herzkrankheiten zu senken. 2. Unterstützung der Gewichtsregulation Obwohl Mandeln einen relativ hohen Fettgehalt haben, können sie dennoch beim Abnehmen helfen. Das liegt daran, dass die in Mandeln enthaltenen gesunden Fette und Ballaststoffe das Sättigungsgefühl fördern und den Appetit zügeln können. Wer vier Mandeln täglich zu sich nimmt, kann also von einem längeren Sättigungsgefühl profitieren, was wiederum dazu führt, dass weniger gegessen wird. Zudem zeigen Studien, dass der regelmäßige Konsum von Mandeln den Stoffwechsel ankurbeln und die Fettverbrennung fördern kann. 3. Verbesserung der Hautgesundheit Die in Mandeln enthaltenen Antioxidantien, insbesondere Vitamin E, spielen eine entscheidende Rolle für die Gesundheit der Haut. Vitamin E schützt die Hautzellen vor Schäden durch freie Radikale und kann so dazu beitragen, das Hautbild zu verbessern und Alterungserscheinungen zu verlangsamen. Das regelmäßige Essen von Mandeln kann die Haut von innen heraus nähren und für ein strahlenderes Aussehen sorgen. Außerdem tragen die gesunden Fette in Mandeln zur Aufrechterhaltung der Hautfeuchtigkeit bei, was besonders für trockene Hauttypen von Vorteil ist. 4. Unterstützung der Knochengesundheit Mandeln sind eine ausgezeichnete Quelle für Calcium, Magnesium und Phosphor, die alle eine wichtige Rolle für die Gesundheit der Knochen spielen. Der tägliche Verzehr von Mandeln kann helfen, die Knochendichte zu erhalten und das Risiko für Osteoporose zu verringern. Besonders in Kombination mit einer insgesamt kalziumreichen Ernährung können Mandeln einen wertvollen Beitrag zur Stärkung des Knochengerüsts leisten. Magnesium unterstützt zusätzlich die Aufnahme von Calcium in die Knochen und trägt zur Mineralisierung bei, wodurch die Knochenstruktur gestärkt wird. 5. Verbesserung der Gehirnfunktion Mandeln enthalten wichtige Nährstoffe wie Vitamin E und Magnesium, die das Gehirn unterstützen. Vitamin E wirkt als starkes Antioxidans und schützt das Gehirn vor altersbedingtem kognitivem Abbau. Studien deuten darauf hin, dass der regelmäßige Konsum von Mandeln die Gedächtnisleistung verbessern und das Risiko für neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer verringern kann. Zudem fördert das in Mandeln enthaltene Magnesium die Nervenfunktion und trägt zur Stressreduktion bei, was sich positiv auf die geistige Leistungsfähigkeit auswirken kann. 6. Stärkung des Immunsystems Mandeln sind reich an Zink und Vitamin E, zwei Nährstoffe, die eine Schlüsselrolle für das Immunsystem spielen. Zink unterstützt die Produktion von weißen Blutkörperchen, die für die Abwehr von Infektionen unerlässlich sind. Vitamin E hingegen wirkt entzündungshemmend und unterstützt die Funktion des Immunsystems. Vier Mandeln täglich können also dazu beitragen, die Abwehrkräfte des Körpers zu stärken und die Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten zu erhöhen. Insbesondere in den kälteren Monaten kann dies ein wertvoller Vorteil sein. 7. Förderung der Verdauungsgesundheit Die Ballaststoffe in Mandeln tragen zur Förderung einer gesunden Verdauung bei. Diese unverdaulichen Pflanzenfasern unterstützen die Darmtätigkeit, indem sie das Volumen des Stuhls erhöhen und die Darmperistaltik anregen. Dies kann helfen, Verstopfung vorzubeugen und die allgemeine Darmgesundheit zu fördern. Darüber hinaus dienen die Ballaststoffe als Nahrung für die gesunden Darmbakterien, die eine wichtige Rolle für das Immunsystem und die Verdauung spielen. Ein täglicher Snack von vier Mandeln kann also dazu beitragen, die Verdauung auf natürliche Weise zu unterstützen. 8. Regulierung des Blutzuckerspiegels Mandeln haben einen niedrigen glykämischen Index und enthalten gleichzeitig eine gute Menge an Ballaststoffen und gesunden Fetten, was hilft, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten. Der Verzehr von Mandeln kann den Anstieg des Blutzuckerspiegels nach dem Essen verlangsamen und verhindern, dass es zu plötzlichen Blutzuckerspitzen kommt. Dies ist besonders für Menschen mit Diabetes oder für diejenigen, die das Risiko haben, von dieser Krankheit betroffen zu werden, von Vorteil. Die tägliche Aufnahme von vier Mandeln kann also dazu beitragen, den Blutzuckerspiegel in einem gesunden Bereich zu halten und die Insulinsensitivität zu verbessern. Zusammenfassung Mandeln sind nicht nur ein schmackhafter Snack, sondern bieten eine Vielzahl von gesundheitlichen Vorteilen, die deinen Körper auf unterschiedlichste Weise unterstützen können. Vier Mandeln am Tag können einen positiven Einfluss auf dein Wohlbefinden haben, indem sie wichtige Nährstoffe liefern, die für verschiedene Körperfunktionen unerlässlich sind. Sie können helfen, das Risiko für chronische Erkrankungen zu senken und tragen gleichzeitig zur allgemeinen Gesundheit bei. Diese einfachen Veränderungen in deiner Ernährung können langfristig einen großen Unterschied machen. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du mehr über gesunde Ernährung erfahren möchtest, teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren. Es würde uns freuen zu hören, wie Mandeln deinen Alltag beeinflussen. Vergiss nicht, das Video mit Freunden und Familie zu teilen, die sich ebenfalls für Gesundheitsthemen interessieren könnten. Und wenn du keine unserer zukünftigen Videos verpassen möchtest, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke, um stets auf dem Laufenden zu bleiben. Bis zum nächsten Mal und bleib gesund!